Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage. Definition und Begriffsabgrenzung. Um die Betriebswirtschaftslehre auch zu verstehen, ist es notwendig, sich zunächst mit einigen Begrifflichkeiten zu beschäftigen und deren Zusammenhänge zu erlernen. Als Motor für die Wirtschaft gelten die Bedürfnisse sowie der Bedarf von Menschen. Aber was sind überhaupt Bedürfnisse und was steckt hinter dem Begriff Bedarf? Ein Bedürfnis ist ein gefühlter Mangelzustand mit dem begleiteten Wunsch, diesen auch zu beseitigen. Und im Unterschied dazu ist neben einem Bedürfnis auch noch die Kaufkraft vorhanden, so entsteht ein Bedarf. Der Großteil der Bedürfnisse lässt sich durch Güter oder Dienstleistungen befriedigen, weshalb die Bedürfnisse auch von wirtschaftlichem Interesse sind. Können Bedürfnisse nicht durch Güter oder Dienstleistungen befriedigt werden, sind diese aus wirtschaftlicher Sicht auch völlig uninteressant. Hierzu zählen beispielsweise das Bedürfnis nach Freiheit oder das Bedürfnis nach Liebe. Damit Bedürfnisse als wirtschaftlich interessant gelten, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, das Bedürfnis muss mit einem Gut bzw. einer Dienstleistung befriedigt werden können. Zweitens, es darf sich um kein freies Gut, wie beispielsweise Luft oder Tageslicht handeln. Und drittens, es muss die Bereitschaft vorliegen, zur Deckung des jeweiligen Bedürfnisses auch Geld auszugeben. Und werden diese drei Kriterien erfüllt, so wird der Bedarf zu einer wirtschaftlichen Nachfrage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017